Eine Ära geht zu Ende. Seit 2007 hat Karin Miosga die Tagesthemen moderiert. Heute ist es das letzte Mal. Und sie ist hier heute bei uns im Studio. Schön, dass du da bist, Karin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wie komisch, wie mulmig ist dir, wenn jetzt dann heute Abend tatsächlich Schluss ist damit. Also wenn du Ära sagst, wird mir ein bisschen mulmig, weil ich mich eigentlich fühle wie Königin Mutter. Aber ich kann das noch gar nicht richtig glauben. Also es kommt mir sehr unwirklich vor, weil ich 16 Jahre eigentlich hier, das ist ja so ein bisschen wie mein Wohnzimmer, hier ein- und ausgegangen bin. Und das Privileg hatte, mit einem wirklich ganz tollen Team Tag ein, Tag aus eine Sendung zu stellen, in der wir immer wieder versucht haben, die bestmögliche Sendung zu kreieren und zu produzieren, in der wir versucht haben, die Welt zu erklären, abzubilden und einzuordnen. Weil wir ja wissen, die Welt voller Überraschungen ist und immer wieder neu ist, ist dieser Zeitraum für mich auch gar nicht so lang. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, okay Karin, du hörst jetzt nach sechs Jahren auf oder nach sieben, dann würde ich sagen, stimmt. Es fühlt sich nicht so an und deswegen ist es ein ganz toller Job und deswegen bin ich sehr traurig, dass ich diesen Platz jetzt verlassen muss. Wohnzimmer ist ein gutes Stichwort. Das heißt, du warst bei vielen Menschen zu Hause für sie eine tragende Säule. Jemand, der sie durch diese schwierigen Zeiten, durch den Wust von Informationen durchbegleitet hat. Was war dir persönlich da bei deiner Arbeit wichtig? Ich glaube, die Nachrichten haben sich ja verändert im Laufe der Zeit. Sie sind schneller geworden. Dadurch, dass wir jetzt im Grunde in Echtzeit berichten können und Leute auch im Netz sozusagen zugucken können, was geschieht, hat mir das Gefühl oder zumindest könnte man das Gefühl haben, dass wir kaum hinterherkommen. Und dass wir auch in Echtzeit berichten müssen. Und ich habe aber den Eindruck, dass es im Gegenteil so geworden ist, dass unsere Arbeit noch wichtiger geworden ist in dieser Schnelligkeit, dass wir in der Lage sind zu sagen, stopp, wir werden jetzt innehalten und wir gucken uns das genau an. Und erst wenn wir nachgedacht haben und verschiedene Stimmen eingeholt haben und einordnen können, werden wir daraus einen Schwerpunkt machen können. Also wir sind eigentlich sogar gezwungen, noch langsamer zu sein, um ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist über die Zeit, ist, dass natürlich durch das Netz die Leute Algorithmen folgen. Und wenn du Algorithmen folgst, dann merkst du natürlich, dass du auch deine eigenen Meinungen mehr und mehr folgst. Also in einer Zeit, in der aus Fakten manchmal Meinungen werden und Leute glauben, das seien dann plötzlich welche, ist es umso wichtiger. Oder ich begreife es auch als eine größere Verantwortung im Laufe dieser Zeit, Desinformation offen zu legen und so zu berichten, dass sich Menschen und Zuschauerinnen und Zuschauer eine eigene Meinung bilden können. Und ist es dir auch ganz persönlich passiert, dass Leute dir gesagt haben, ach, was ihr da erzählt, woher habt ihr das, das glauben wir nicht? Doch, das ist mir immer wieder passiert. Das ist mir zum Glück nicht im Studio passiert, aber auf der Straße oder es gibt auch Bekannte, die dann plötzlich sagen, ist doch egal, ob ich zu dieser Landtagswahl gehe, die ist sowieso gefälscht. Oder eine Nachbarin sagte mal, in Schweden werden jeden Tag Mädchen vergewaltigt und ihr berichtet gar nicht darüber. Und dann habe ich mich mit der mal hingesetzt und gesagt, zeig mir doch mal die Quellen. Wo hast du das her? Und dann konnten wir das mal nachverfolgen und dann hat die gesehen, dass das eine unseriöse Quelle war und es überhaupt nicht zu überprüfen war, was sie da ständig neu gelesen hat und es deswegen auch geglaubt hat. Umso wichtiger ist, dass wir versuchen, immer mit zwei Quellen zu arbeiten, immer wieder zu überprüfen, Videos zu überprüfen, das, was wir hier bei ADE aktuell ja alle machen. Aber natürlich bin ich auch immer wieder mit Leuten konfrontiert, die Verschwörungstheorien entwerfen. Umso schöner, wenn es dann die Gelegenheit mal gibt, in einem direkten Gespräch vielleicht an der einen oder anderen Stelle zumindest in einem kleineren Rahmen für Aufklärung zu sorgen. Gibt es denn bestimmte Momente, Highlights oder eben auch nachdenkliche Erlebnisse oder Erlebnisse, die dich nachdenklich gestimmt haben in diesen Jahren, an die du besonders zurückdenkst? Also wo du nachdenklich sagst, denke ich an bestimmte Interviews. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass in diesen ganzen Jahren womöglich die aufregenden Momente gewesen sein könnten, in denen wir die Staatschefs interviewen. Und meistens sind das die langweiligsten Interviews, weil da baut sich dann jemand auf und hat irgendwie 50 Fahnen hinter sich, guckt in eine Kamera und ist der Meinung, er darf auf eine Frage 10 Minuten antworten. Ich hatte eine Situation mit dem damaligen georgischen Präsidenten Saakashvili. Der war uns zugeschaltet und der saß original, weiß ich nicht, vor wie viel Regionalfahnen. Das war an sich schon ein satirisches Bild. Und dann habe ich wirklich nur eine Frage stellen können. Ich bin nicht mehr in diese Antwort reingekommen. Er hat einfach durchmonologisiert. Das ist entsetzlich. Das macht wenig Spaß. Es ist schön, Emmanuel Macron mal zu treffen, aber in weit glaubt auch der, sehr, sehr lange staatsmännisch antworten zu dürfen und sich nicht auf ein Gespräch einlassen zu müssen. Die Gespräche, die echten, das sind die, die mich beeindruckt haben. Das geschieht nicht so häufig, weil Politiker ja auch geschult sind und gerne viel antworten, indem sie nichts sagen. Woran erinnere ich mich? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit dem damaligen thürischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus nach dessen Skiunfall, der den ja auch aus der Bahn geworfen hat. Und da hatten wir mal ein sehr nachdenkliches Gespräch über große Fragen wie Schuld, über Gefühle in der Politik. Ich erinnere mich an Marcel Reich-Ranitzki, den ich gefragt nach dem Weltgeschehen, keine Ahnung, irgendwas Politisches habe ich den gefragt und da hat der mich richtig angemotzt und gesagt, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn man keine Ahnung hat von Dingen, sollte man besser die Klappe halten. Also auch Demut lehrt einen das gelegentlich. Und das sind eher diese, diese, ja, die nachdenklichen und wahrhaftigen Momente, die besonders waren in so einem Nachrichtenstudio. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein besonderer Moment mit dir war, als du anlässlich des Todes des Schauspielers Robin Williams gesagt hast, so, jetzt gewürdige ich ihn auf eine besondere Weise. Ich steige auf den Tagesthemen-Moderationstisch und nehme eine Geste auf, die er aus einem seiner bekanntesten Filme quasi, ja, zelebriert hat und ihn bekannt gemacht hat. Was hat das für dich bedeutet und was war der Gedanke dabei? Es ist schon interessant, was für einen seriösen Ruf wir haben müssen, weil das einen enormen Reaktionsansturm ausgelöst hat. Nur weil ich da mal auf den Tisch gestiegen bin. Das haben wir uns überlegt. Es war ein Redakteur, der auf die Idee kam. Und dann hatten wir, weil natürlich alle diese berühmte Szene im Kopf hatten, dann hatten wir so ein bisschen Glück, weil es war niemand da im Studio, der irgendwie den Feuerwehrmann geholt hätte oder der ein großer Bedenkenträger gewesen wäre und der plötzlich, oh Gott, die Lampe könnte runterfallen, es ist alles versicherungstechnisch nicht möglich. So ein Team war nicht da, sondern es war ein Team da, das total Lust hatte, das sofort umzusetzen. Und für mich hat das was bedeutet, weil ich den Film in der Schulzeit gesehen habe und er mir was bedeutet hat. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass das, was der Darsteller, dieser Lehrer, den Robin Williams darstellt, seinen Schülern sagen will, dass das eigentlich auch eine Botschaft ist, die uns Medienmenschen auch ganz gut zu Gesicht tut, steht, zu Gesicht steht, nämlich mal die Perspektive zu wechseln. Der Club der Tuttendichter war's, wollen wir dazu sagen, ganz genau. Besondere Momente, außergewöhnliche Momente, gerade sehr in den Schlagzeilen der Lacher der Kollegin Susanne Daubner. Ist dir so was mal passiert, dass du so einen Lachflash hattest und dich nicht wieder eingekriegt hast? Also so, wie ist die arme Susanne gebeutelt, hat ehrlich gesagt nie. Es gab immer wieder lustige Momente, wo wir uns dann aber irgendwie zusammengerissen haben. Jens Rieber kann dreckige Witze erzählen. Aber nein, die Situation, die ich jetzt natürlich am meisten erinnere, weil sie jetzt auch noch gar nicht so lange zurückliegt, ist, als der arme Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, zugeschaltet war aus München von der Sicherheitskonferenz und es da wahnsinnig laut war. Und er irgendwie, obwohl wir uns noch begrüßt hatten, durcheinander gekriegt haben muss, bei welchem Sender er sich gerade aufhält. Und er eigentlich bis zum Ende unseres Gespräches sich im ZDF wehnte, denn in der ARD und unentwegt Frau Slomka zu mir sagte. Also es begann damit, dass er sagte, guten Namen, Frau Slomka, und da habe ich noch gesagt, mir Oskar macht nichts, wir reden einfach weiter, hallo, Herr Ischinger. Und er sagte aber immer wieder am Ende jedes zweiten Satzes, sehen Sie, Frau Slomka, ich müsste Ihnen sagen, Frau Slomka. Und ich glaube, Judith stand neben mir und wir hatten wirklich Mühe, uns vor Lachern nicht in die Hose zu machen. Es tat mir so wahnsinnig leid, weil das war natürlich der Witz der Woche und er hat sich tausendmal entschuldigt und Blumen geschickt. Aber wir hatten natürlich einen großen Spaß. Und locker mit Humor genommen. Jetzt hast du auch schon verschiedene Kollegen erwähnt, mit denen du jetzt über all die Jahre zusammengearbeitet hast. Was und wen wirst du vermissen? Oh, ich werde alle vermissen. Ich werde irgendwie, also am meisten natürlich die Redakteurinnen und Redakteure, mit denen ich Tag ein, Tag aus gearbeitet habe, mit denen ich auch ganz tolle Erlebnisse haben durfte. Wir haben, das sind natürlich auch Sendungen, die mir in Erinnerung bleiben, vor allem sind die, die Auslagerungen nennen wir das, also die Reisen, die wir gemacht haben, beispielsweise an einem kleinen Ort, Zicheri Böckwicks ist ein kleiner Ort, der zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt direkt auf der deutsch-deutschen Grenze lag. Anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren sind wir dort hingereist und haben da Reportagen gedreht. Dann waren wir in Kairo bei den Parlamentswahlen nach dem arabischen Frühling 2011. Und am allermeisten wird mir wahrscheinlich die Reise in die Ukraine ein halbes Jahr nach Beginn dieses scheußlichen Angriffskriegs in Erinnerung bleiben, weil es ein Riesenunterschied ist, es persönlich zu erleben, wie es den Menschen damit geht, jeden Tag in Todesangst leben zu müssen. Es war einfach eine ganz andere Erfahrung, das nochmal, wie Krieg funktioniert, wie dieser Psychoterror funktioniert, das nochmal zu verstehen. War eine ganz besondere Erfahrung, das werde ich nicht vergessen. Und da war ich natürlich mit den Kollegen, mit denen ich viel geteilt habe. Und natürlich werde ich auch die ganzen Nachrichtensprecherinnen und Sprecher vermissen, mit denen ich im Studio stehe und mit denen wir auch, ja, die wir uns immer so gegenseitig auch tragen. Wenn es dem einen Mal nicht gut geht, dann heitert der andere ihn auf oder die andere. Da sind wir schon extrem zusammengewachsen. Das werde ich alles vermissen. Und für eine solche Sendung, für einen solchen Einsatz in der Ukraine hast du eben auch oder ihr als Team mit denen natürlich den Fernsehpreis bekommen. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das ist dann natürlich ein würdiger Abschlusspunkt. Wie sehr freust du dich jetzt auf die neue Aufgabe? Also erstmal gucke ich da mit großem Respekt und großer Demut darauf, weil ich finde, dass Anne Will das 16 Jahre lang brillant gemacht hat, mit großer Analysefähigkeit und großer Ruhe. Und ja, und ich natürlich da schon demütig drauf schaue, wie wir das weiterentwickeln können. Aber worauf ich mich sehr freue ist, weil wir sind ja auch in diesen Studios und haben immer nur diese schwarzen Kameras und versuchen, jetzt ist es toll, dass wir jetzt gemeinsam so reden können. Und das ist die Situation, auf die ich mich am meisten freue, dass ich eben vor leibhaftigen Menschen sitze und andere Gespräche möglich sind, als durch diese Verbindung der schwarzen Kamera überhaupt möglich sein kann. Also du musst dir immer ins Wort feilen, dann gibt es irgendwie einen Sekundendelay. Also verzögert kommt dann meine Antwort bei dem an oder seine bei mir. Da gibt es auch sehr spannende Momente, aber ich glaube, dass wirkliche Gespräche erst richtig möglich sind, wenn man sich in die Augen schauen kann. Und das ist natürlich was, was ich ganz toll finde, dass das dann möglich ist. Und dafür wünschen wir dir von Herzen einen guten Start, gutes Gelingen, alles, alles Gute. Du wirst uns fehlen, wir werden dich vermissen, aber weiter verfolgen auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Karin Miosga. Danke für das Gespräch.